Ja, beim Gedankenstopp war ich, dass wir einfach in unserer jetzigen Zeit ständig wieder abgelenkt sind durch natürlich hier Smartphone, Handy und Co., soziale Medien, Fernsehen, wenn wir irgendwo unterwegs sind. Wir sind ständig irgendwo im Außen unterwegs, weil man hat es uns ja nicht beigebracht, bei uns selbst in unserer Mitte in erster Linie zu ruhen. Das ist im Übrigen auch so im wahrsten Sinne des Wortes der Fortschritt, den wir die letzten Jahrhunderte gemacht haben oder auch Jahrtausende. Wir sind im wahrsten Sinne des Wortes fortgeschritten von unserem Selbst, von unserem göttlichen Kern, von unserer Seele, von unserem Herzen. Wir sind tagsüber überwiegend im Außen orientiert, im sogenannten Beta-Zustand, aber nicht im Alpha-Zustand, bei uns selbst. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir hier zu Teil 2, Tag 2, der Seelenfreude-Challenge. Wunderschönen guten Morgen! Ich muss mich gerade erinnern an die letzte Challenge, die ich hier in der Gruppe gemacht habe. Ich glaube, die war im Februar. Ja, Thema weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber da war so mein Song morgens immer. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Diese Welt ist voller Freude und du darfst auch glücklich sein. Ja, wunderschönen guten Morgen. Gib mir doch gerne mal einen Daumen hoch oder ein Herzlein, damit ich weiß, dass ich hier gut zu sehen und zu hören bin. Oder schreib einfach mal ein Ja ins Kommentarfeld rein. Das Smartphone zeigt mir nicht immer direkt an, wer hier schon live um diese Zeit mit dabei ist. Deshalb kann ich das nicht erkennen. Okay, wie war dein Tag gestern? Heute steht die Challenge unter dem Tenor, unsinnige Gedanken zu stoppen. Und gestern hatte ich dich ja dazu eingeladen, mal bewusst Ausschau zu halten nach Dingen, die du neu entdecken kannst. Die dir schon längere Zeit nicht mehr bewusst waren oder so bewusst waren, die man vielleicht weiß, aber die einem nicht bewusst waren. Also mit kindlicher Neugierde einfach mal nochmal in den Tag zu schauen. Und das ist auch mit der Grund, warum ich heute Morgen, als ich so in meiner Meditation heute Morgen in mich hineingelauscht habe und mich gefragt habe, Was brauchst du heute, was brauchst du heute an Tag 2 dieser Seelenfreude Challenge? Und da ist mir der Gedanke gekommen, es geht um das Thema Gedankenstopp. Denn ich weiß es von meiner eigenen Erfahrung. Also bitte, wenn ich hier Dinge von mir gebe, ich weiß sehr gut immer, wie es dir geht. Und wenn ich da irgendetwas von mir gebe, was in dir auf Resonanz stößt, dann sind das immer genau die Dinge, wo es darum geht, hinzuschauen. Weil das ist ja genau dann das Thema, was mit deren Resonanz geht. Und wenn ich so unseren letzten gestrigen Tag Revue passieren lasse, vielleicht darf ich das mal mit dir teilen, weil auch ich habe gestern ja nochmal bewusst geschaut, was kann ich hier nochmal neu entdecken. Wir waren gestern Morgen am späten Vormittag, wir hatten erstmal ganz ausführlich hier gebranscht auf unserer Terrasse, die warmen Sonnenstrahlen genossen. Dann waren wir zwei große Schüsseln Löwenzahnblüten sammeln. Hallo liebe Evelyn, wunderschönen guten Morgen. Hier grüßt die Helena. Die Evelyn weiß, dass mein spiritueller Name Helena ist und der spirituelle Name von Evelyn ist Muriel. Deshalb sprechen wir uns immer mit Helena und Muriel an. Die Helena grüßt hier, wunderschönen guten Morgen. Hallo liebe Evelyn, auch schön, dass du dabei bist. Evelyn mit Y und Evelyn mit I. Ja, also wo waren wir stehen geblieben? Ich wollte ja von meinem Tag gestern erzählen oder von unserem Tag gestern. Wir waren erstmal zwei große Schüsseln Löwenzahnblüten sammeln. Die habe ich dann vorbereitet, um heute daraus Löwenzahnhonig zu machen. Das mache ich jedes Jahr. Einmal hatte ich die Blüte verpasst. Da haben wir natürlich auch den Löwenzahnhonig in diesem entsprechenden Jahr vermisst. Ja, das haben wir gestern gemacht. Und anschließend waren wir Bärlauch sammeln und haben Bärlauch gestern Nachmittag noch verarbeitet. Und unseren Vorrat quasi eingefroren in Form von Bärlauch-Butter-Pesto habe ich dieses Jahr keins gemacht. Die Family mag das nicht so unbedingt und ich bin dann so die Einzige, die es ist. Deshalb habe ich jetzt einfach mal gestern, haben wir nur gemeinsam Bärlauch-Butter eingefroren. Also vegane Butter eben. Wir ernähren uns ja zu Hause in erster Linie vegan. Wenn ich unterwegs bin, inzwischen sehe ich das nicht mehr so eng mit der veganen Ernährung. Vegetarisch kann ich ganz gut mit leben. Was aber nicht in Frage kommt, ist, dass ich irgendwie tote Energie in Form von toten Tieren oder toten Fischen zu mir nehme. Aber ansonsten, ja, zu Hause in erster Linie vegan. Und was meine Aufmerksamkeit gestern war, ich war ja schon ganz oft in dem Gebiet, wo wir gestern den Bärlauch gesammelt haben. Aber was ich gestern nochmal, hallo, wunderschönen guten Morgen, liebe Hilke, schön, dass auch du dabei bist. Was ich gestern nochmal bewusst wahrgenommen habe, und mein Mann auch, war diese wunderschöne Umgebung, in der wir uns da befunden haben. Ich habe das gestern, auch mit der mentalen Ausrichtung, so wie ich dir das gestern Morgen wirklich mit auf den Weg gegeben habe, nochmal auf eine ganz andere Art und Weise wahrgenommen. Der Ort, dieses Bärlauch-Paradies, in dem wir waren. Ich habe gestern gesagt, es ist hier, wir waren kürzlich im Bali-Paradies, jetzt sind wir hier im Bärlauch-Paradies. Aber auch diese Umgebung, das Vogelgezwitscher, die Energie, die dort geherrscht hat. Dann waren wir anschließend noch auf einer gegenüberliegenden Wiese, wo ich weiß, die nicht gedüngt wird und schon ewig auch nicht mehr gedüngt wurde. Wo ganz, ganz viele Kräuter einfach wachsen. Unter anderem auch Schlüsselblumen, die ja eigentlich unter Naturschutz hier stehen bei uns. Wo wir dann einfach mal, ja, uns satt gegessen haben, im übertragenen Sinne, an Wildkräutern. Und haben diese wunderschöne Umgebung einfach genossen, die Energie aufgenommen, sind uns hineingegangen, haben gelauscht in die Natur, haben diese Stille wahrgenommen und gleichzeitig das Vogelgezwitscher. Und es ist auch eine Ecke von uns hier zu fahren, unterwegs, die wunderschöne Umgebung, die Wälder wahrgenommen. Auf eine ganz andere Art und Weise. Das sind meine Entdeckungen, die ich gestern gemacht habe. Und was man ja ansonsten, man weiß ja, wir haben hier wunderschöne Wälder in Deutschland, im Saarland. Und so sehr es mich auch in die Welt hinauszieht, aber ich möchte auch hier die einheimischen Wälder, möchte ich auch nicht nutzen. Wenn ich an den wunderbaren Wald in Bali denke, in dem wir unterwegs waren, das hat nochmal eine andere Energie, als hier unsere deutschen Wälder. Und das eine schließt das andere ja auch nicht aus. Also das waren meine Entdeckungen auf eine neue Art und Weise, auf eine kindlich neue Art und Weise gestern, was eben ja auch zu deiner Tagesaufgabe gestern gehört hat. Und was ich ja auch nur zu gut von mir kenne, wenn ich an solchen Challenges mal teilgenommen habe oder auch heute teilweise noch teilnehme, man nimmt das dann auf. Aber man setzt es letzten Endes nicht um. Warum? Weil ein paar Minuten später ist man schon wieder in anderen Gedanken drin, ist man schon wieder in anderen Themen drin, ist man schon wieder Mann oder Frau am Funktionieren. Ich lese mal gerade, was die Evelyn mit I, Evelyn mit I hier geschrieben hat. Ich habe auch schon Honig und Bärlauch verarbeitet, so schönes daraus gemacht. Ja schön, schön, liebe Evelyn, dass du da in der Richtung auch unterwegs bist. Denn im Hinblick auf die Seele, vielleicht darf ich das jetzt gerade mal noch hier einfügen. Wildkräuter haben einfach eine ganz besondere Auswirkung, eine ganz besondere Energie einfach auch auf unseren Körper, auf unseren Geist, auf unsere Seele im Vergleich zu anderen Kräutern, die wir selbst im Garten anpflanzen oder die wir ansonsten kaufen. Weil Wildkräuter wachsen ja definitiv nur dort, wo sie ganz optimale Bodenverhältnisse vorfinden. Das heißt, in so einem Wildkraut, da ist eine ganz andere Energie und da sind ganz andere Inhaltsstoffe, die für unseren Körper auf eine andere Art und Weise wertvoll sind, als das, was wir einfach züchten bzw. selbst auch irgendwo anpflanzen. Das ist so das Besondere an Wildkräutern. Okay, jetzt aber nochmal. Ich war auch im Paradies gestern, so wunderbar die Fülle und die Energien. Schön, liebe Evelyn, schön, dass du das mit uns teilst. Danke. Ja, beim Gedankenstopp war ich, dass wir einfach in unserer jetzigen Zeit ständig wieder abgelenkt sind durch natürlich hier Smartphone, Handy und Co., soziale Medien, Fernsehen, wenn wir irgendwo unterwegs sind, wir sind ständig irgendwo im Außen unterwegs, weil man hat es uns ja nicht beigebracht, bei uns selbst in unserer Mitte in erster Linie zu ruhen. Das ist im Übrigen auch so im wahrsten Sinne des Wortes der Fortschritt, den wir die letzten Jahrhunderte gemacht haben oder auch Jahrtausende. Wir sind im wahrsten Sinne des Wortes fortgeschritten von unserem Selbst, von unserem göttlichen Kern, von unserer Seele, von unserem Herzen. Wir sind tagsüber überwiegend im Außen orientiert, im sogenannten Beta-Zustand, aber nicht im Alpha-Zustand, bei uns selbst. Und das ist dann immer so die große Herausforderung, wenn ich dann morgens mal mit so einer Aufgabe in den Tag starte, wie gestern, was ich dir mit auf den Weg gegeben habe, mal mit einer kindlichen Neugierde zu schauen, was kannst du heute alles neu entdecken. Zehn Minuten später, Viertelstunde später ist es schon wieder weg. Man ist im Alltagsgeschehen gefangen, man ist in seinem Gedankenkabarett gefangen und abends stellt man dann fest, wenn man sich überhaupt noch daran erinnert, wir sind ja Tag heute geblieben. Das ist im Übrigen auch etwas, was uns letzten Endes auch ein Stück weit Stress verursacht, wenn wir nicht im Hier und im Jetzt präsent sind, im Augenblick präsent sind, in unserer Mitte ruhen. Das stresst uns. Wir sind mit den Gedanken im Gestern, bei dem Kram von gestern oder von vorgestern, wenn wir uns da mal beobachten, wie oft schweifen unsere Gedanken ab. Oder wir sind im Morgen mit Zukunftsängsten, mit ungelegten Eiern und machen uns da irgendwelche Sorgen. Aber die einzige Realität, das ist das Hier und das Jetzt, der jetzige Augenblick, der im nächsten Augenblick auch schon wieder ein neuer Augenblick ist, ein neuer Moment. Und das ist ein Training, das ist eine Übung. Also das ist natürlich etwas, was auch ich bis heute auch nach langjähriger Praxis nicht hinbekomme, dass ich den ganzen Tag absolut präsent im Hier und im Jetzt bin. Also ich glaube, wenn man das mal hinbekommt, dann kann man auch schon davon sprechen, dass man erleuchtet ist. Ich glaube nicht, dass jemand von uns und auch ich nicht das im jetzigen Leben noch erreichen kann. Vielleicht in einem unserer nächsten Leben, wenn wir auf einer ganz anderen Bewusstseins-Ebene, auf einer ganz anderen Schwingung uns nochmal bewegen. Aber ich weiß auch nicht, ob das wirklich das Ziel ist, jetzt im jetzigen Leben, im jetzigen Körper die Erleuchtung zu bekommen. Aber was doch das Ziel sein kann, ist so viel wie möglich tagsüber sich bewusst zu sein, seiner selbst bewusst zu sein, in seiner Mitte zu ruhen, bei sich selbst zu sein und den Augenblick wahrzunehmen, den Moment wahrzunehmen. Weil dann kommt man ja auch in das Gefühl hinein, wie gut das Leben ist mit einem meint. Und so haben wir unser Gedankenkabarett, das ja ständig abschweift. Und da würde ich dich jetzt dazu einladen, mal eine kleine Übung mit mir zu machen, wo wir jetzt mal unsere Gedanken beobachten. Denn, wenn ich dich jetzt dazu einladen würde, mal eine Minute die Augen zu schließen und nur dich auf deinen Körper zu konzentrieren, das kannst du ja gerne auch heute im Laufe des Tages mal machen, wirklich die Aufmerksamkeit zum Beispiel nur auf deinen Atem zu richten, eine Minute lang. Du wirst erstaunt sein, wie du schon nach wenigen Sekunden wieder andere Gedanken denkst. Wie du nach wenigen Sekunden schon wieder abschweifst mit deinen Gedanken und schon wieder nach wenigen Sekunden bei einem ganz anderen Thema bist. Und wenn man das merkt, dann kann man immer wieder zurück die Aufmerksamkeit auf den Atemstrom lenken. Das ist auch ja dann die Aufgabe. Aber jetzt würde ich gerne mit dir mal eine Übung machen, einfach mal die Gedanken wahrzunehmen und den sogenannten Gedanken stopp zu machen, weil das geht. Und das sind so, in diesem Moment kommst du in so ein absolutes reines Bewusstsein rein. Und das machen wir jetzt mal gemeinsam. Okay? Deshalb lade ich dich jetzt mal dazu ein, mit mir gemeinsam die Augen zu schließen. Und dann nimm mal zwei, drei tiefe Ein- und Ausatmungszüge. Stell dir mal vor, wie du dich mit dem Ausatmen in deinen Körper sinken lässt. Ganz tief und genüsslich durch die Nase einatmen, durch den Mund ausatmen. Und noch einmal. Lass die Schultern sinken, lass dich in deinen Körper sinken. Und noch ein letztes Mal. Und dann lade ich dich ein, auch mal für einen Moment deinen Beckenboden anzuspannen. Das hilft dir auch, dich zu zentrieren, in deiner Mitte zu sein, bei dir selbst zu sein. Spann mal deinen Beckenboden an. Und lass dann deinen Atemstrom ganz leicht und frei ein- und ausströmen. Richte die Aufmerksamkeit jetzt einfach auf deinen Atemstrom. Beobachte, wie es dich atmet. Und jetzt lade ich dich dazu ein, mal zu schauen, mal zu beobachten, wo kommt der nächste Gedanke her. Beobachte mal, wo kommt der nächste Gedanke her. Die Augen bleiben weiter geschlossen, dein Atemstrom fließt ganz leicht und frei. Und du schaust einfach mal, beobachtest, wo kommt der nächste Gedanke her. Und die nächste Frage. Welche Farbe hat der nächste Gedanke? Welche Farbe hat der nächste Gedanke? Schau mal. Lausche mal in dich hinein. Welche Farbe hat der nächste Gedanke? Der Atemstrom fließt ganz leicht und frei ein- und aus. Wo kommt der nächste Gedanke her? Welche Farbe hat der nächste Gedanke? Und dann nimm nochmal einen bewussten Atemzug und mit dem Ausatmen öffnest du wieder deine Augen. Und dann schreib mir doch gerne mal, ich sehe heute hier den Chat hier, auch mit dem Smartphone. Schreib mir doch mal gerne in den Chat jetzt rein, was deine Beobachtung war. Wo kam der nächste Gedanke her? Oder bei der Frage, welche Farbe hat der nächste Gedanke? Was hast du da wahrgenommen? Schreib mir das doch gerne mal in den Chat rein. Ich warte dann gerne mal einen Moment, damit ich dir dazu etwas sagen kann. Und wenn es dir ganz skurril vorkommt, schreib mir doch gerne jetzt mal rein, was du wahrgenommen hast. Wo kam dein nächster Gedanke her bei der Frage? Oder auch bei der Frage, welche Farbe hat der nächste Gedanke? Was war in deinem Bewusstsein da? Los, was hat sich da getan? Schreib mir das gerne mal in den Chat rein. Ich hoffe, ich kann es jetzt hier auch weiterhin sehen. Damit ich dir da eben auch gleich mal Feedback zugeben kann. Schreib es gerne mal rein. Was hast du da beobachtet jetzt bei dieser Übung? Ich gehe mal von aus, du hast es auch mitgemacht. Was hast du wahrgenommen? Was war deine Beobachtung jetzt bei diesen Fragen? Einfach nur zu atmen und zu beobachten, wo kommt der nächste Gedanke her? Welche Farbe hat der nächste Gedanke? Schreib es mir gerne mal rein. Mal gucken, ob ich hier hochscrollen kann. Ne, das funktioniert nicht. Okay. Gut, ich weiß jetzt nicht. Anscheinend funktioniert es jetzt doch weiter nicht mehr mit der Übertragung hier über das Smartphone, dass ich die Kommentare sehe. Schaue ich nachher dann rein. Aber ich kann dir eins sagen. Warum habe ich diese Fragen gestellt? In dem Moment, wo du dir die Frage stellst, und wenn du das eben so nicht wahrgenommen hast, dann mach es gerne nochmal. Wo du die Frage stellst, wo kommt der nächste Gedanke her? Eveline hatte keine Gedanken, habe auf meinen Atem und deine Stimme geachtet. Sehr gut, liebe Eveline. Sehr gut. Vielen Dank, dass du das teilst. Und genau ist das, so kannst du einen Gedankenstopp machen. Das wollte ich gerade sagen. Wenn du es richtig gemacht hast, in dem Moment, wo du dich fragst, wo kommt der nächste Gedanke her, ist da plötzlich ein Gedankenstopp. Und das ist der Moment, der Bruchteil von Sekunde, wo du in deinem reinen Bewusstsein bist, wo du in einer Gedankenlosigkeit bist. Und vielleicht kannst du auch im Nachhinein spüren, wie das gut tut. Und das kannst du immer wieder auch tagsüber machen, wenn du das Gefühl hast, du bist jetzt wieder komplett im Außen und gar nicht bei dir selbst und du fühlst dich gestresst. Die Hilge schreibt, aus dem Nichts blau. Sehr gut. Eveline, die Farbe ist bei mir geblieben, Sonnenlicht und ein Gedanke kam gar nicht auf. Ich war und bin. Sehr, sehr gut. Hast du wunderbar gemacht, Hilge. Auch du. Wunderbar. Danke fürs Teilen. Und das ist so der Moment, der Bruchteil von Sekunden, wo wir im reinen Bewusstsein sind. Und diese Frage, die ich da noch obendrauf gestellt habe, welche Farbe hat der nächste Gedanke? Das ist für unseren Denker, für unseren Verstand so skurril, dass der dann einfach auch überfordert ist, wie welche Farbe soll der nächste Gedanke haben. Entweder ich bekomme eine Farbe wie blau oder die Evelyn hat Sonnenlicht gesehen, also gelb im Prinzip im übertragenen Sinne. Aber das toppt es auch einfach nochmal, dass du entweder dann eine wunderschöne Farbe wahrnimmst. Blau, die Farbe der Transformation, Sonnenlicht, gelb, die Farbe der Wahrnehmung, aber auch gelb kann man auch im übertragenen Sinne sehen für göttliches Licht, für die Quelle allen Seins, für das Licht und für die Liebe von allem, was ist, da wo wir alle herkommen. Also das sind wunderschöne Farben und das tut auch einfach nur gut. Und so kannst du tagsüber immer mal wieder einen Gedankenstopp machen, wenn du mal wieder merkst, wie dein Gedankenkabarett da im Gange ist und du so dich wieder darin übst, ins Hier und ins Jetzt zu kommen. Oder wenn du meditieren möchtest regelmäßig oder das vielleicht auch machst und es dir manchmal schwerfällt, das kenne ich nur zu gut auch von mir, wenn ich merke, oh jetzt ist mal ein bisschen Auszeit angesagt, Meditation und dann fällt es mir manchmal auch heute noch schwer, so richtig da reinzukommen. Dann mache ich diese Übungen, um einfach mal so in den absoluten Ruhemodus zu kommen. Gedankenstopp, frag mich dann selbst, wo kommt der nächste Gedanke her, welche Farbe hat der nächste Gedanke. Atme vorher tief ein und aus, so wie wir das jetzt auch gemacht haben. Beckenboden anspannen, das übt dich darin, in deiner Mitte richtig anzukommen. Und dann merkst du, wie du so auf Fingerschnitt quasi in einen anderen Bewusstseinszustand kommst. Und das würde ich dir heute gerne auch noch mal hier bei der Challenge mit als Tagesaufgabe mitgeben. Zum einen noch mal das gleiche wie gestern, bewusster deine Umgebung anzuschauen, bewusster in die Natur zu schauen, bewusster in dein Umfeld zu schauen, bewusster mit einer kindlichen Neugierde noch mal zu schauen, was kannst du heute wieder alles Neues für dich entdecken und immer mal wieder Gedankenstopp zu machen und zu beobachten, was es mit dir macht, wie es dir dabei geht. Und dann hier gerne noch mal ins Kommentarfeld reinschreiben. Ansonsten, wenn du Fragen hast, schreib mir das auch gerne, wenn du ein Anliegen hast. Heißt, ich gehe hier im Laufe der 30-Tage-Challenge da sehr gerne auf dich ein. Also nutz diese Zeit hier auch, nutz auch hier die Chance dieses kostenfreien Coachings quasi mit mir, denn ich habe hier kein vorgefertigtes Programm für die nächsten 30 Tage. Ich frage mich auch abends oder morgens immer wieder aufs Neue, was brauchst du jetzt, mit was kann ich dir helfen? Und wenn ich da Impulse und Anregungen auch von dir bekomme, gerne, ich gehe da gerne drauf ein. Die Evelyn schreibt noch, solche Übungen mache ich ganz viel auf meiner Arbeit und sei es auf der Toilette. Sehr, sehr gut. Evelyn, wunderbar, das ist ein gutes Stichwort, das du mir auch noch lieferst. Für all diejenigen, die hier auch heute im Laufe des Tages sich noch zuschalten und die Aufzeichnung anschauen, weil es jetzt um die Uhrzeit einfach zeitlich nicht passt. Es gibt also keine Ausrede, selbst wenn du den ganzen Tag im Büro hockst oder in einem Großraumbüro oder was immer du machst, irgendwo im Supermarkt an der Kasse arbeitest oder egal, was du beruflich machst, es gibt keine Ausrede. Das sind Übungen, die du auch auf der Toilette machen kannst. Also zurückziehen musst du dich tagsüber eh mal wieder und dann mach diese Übung auf der Toilette, auf der Arbeit. Sehr, sehr gut. Danke, liebe Evelyn. Also, hab einen wunderbaren Tag. Hab bitte keine Scheu, mir auch gerne Fragen zu stellen. Gehe ich gerne drauf ein. Lass uns hier die nächsten 30 Tage wirklich das Allerbeste aus dir auch herausholen. Lass mich dich unterstützen, zur allerbesten Version deiner selbst zu werden. Wirklich die Seelenfreude-Challenge auch als solches zu sehen, dass du dir selbst deinem Herzen, deiner Seele näher kommst und deine Seele und damit letzten Endes auch du selbst hier ganz, ganz viel Freude im Wonnemonat Mai hast und dann natürlich auch noch weiter darüber hinaus. Also, ganz liebe Umarmung, hab einen wunderbaren Tag. Bis morgen früh in alter Frische um 7.15 Uhr sehen wir uns. Bis dahin. Ciao, ciao. Ich bin so mit euch hier verbunden. Jetzt gelingt es mir noch nicht mal, hier das Video zu beenden.